Lach doch, lach doch, lach mich nur tot! Bleiben Sie da stehen, rühren Sie sich nicht vom Trick! Sie machen das gut. Hab ja auch geübt. Sind Sie vom Air Force Geheimdienst hierher versetzt worden? Genau so ist es. Vor zwei Tagen. Es hat mich im letzten Moment erwischt, weil ich eine private Lotterie mit dem Computer durchgezogen habe. Es war... Spielen Sie auch gern? Nein. Nein? Macht nichts. Ich zeig's Ihnen bei Gelegenheit. Danke. Bin gespannt. Waren Sie auf dem Einsatz, Sir? Na ja, das Übliche. Hat was von der Welt gesehen. Warum fragen Sie? Versuche nur rauszubekommen, wie wir ausgesucht worden sind. Wie war das mit Ihnen? Rottenführer über Libyen, 86. Ich, ähm, hab auf die Schnelle zwei Mix abgeschossen. Was war mit Ihnen Sockenschuss? Auf der Akademie hab ich Ihr Gesicht nie gesehen. Mein Gesicht war da nicht gefragt. Na sowas. Ohne Spezialausbildung gibt man Ihnen der F-16? Ich hab es ganz allein geschafft. Wie, nachts in Ihrem Bett? War nur ein Scherz von mir. Aber mieser. Oh Mann, ist das ein trauriger Haufen, bei dem ich hier bin. Aber vielleicht weiß Downs, was los ist. Hey, Downs. Ein alter Ami-Bulle wie Sie, was macht denn der so? Ich blase alles in die Luft, was sich bewegt. Ich bin Sprengmeister. Ich puste in den Stuhl unterm Arsch weg, ohne dass Sie sich einen Splitter einreißen. Captain. Ich glaube, es ist besser, Sie nehmen das Bett daneben. Der General will, dass wir jedes zweite Bett für das nächste Team freilassen, das ankommt. Welches Team? Mann, zum Teufel sagt mir endlich jemand, was hier los ist. Wir sind die eine Hälfte einer gemeinsamen Operation. Und wer ist die andere Hälfte, die Israelis? Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Ich weiß es nicht, sondern die Together- Das sind Israelis, die von einem Manöver zurückkommen, darauf wette ich. Wiemals. Das sind Doppelturbinen, ein paar gewaltige. Wer zum Teufel ist das dann? Das glaube ich nicht. Das sind gottverdammte sowjetische Mix. Lass uns abhauen. Was zum Teufel treiben diese Penner im Tower eigentlich? Oh, Scheiße! Wir werden angegriffen. Schlagen Sie Alarm und daneben fast! Wir werden angegriffen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Verdammte Sauerei, das ist ja... Langsam, langsam. Macht ihr keinen Aufstand. Verdammt, das sind Mix, General. Wieso schnallen diese Idioten das im Tower nicht? Unsere Jungs im Tower wissen, was sie tun. Was ich von diesem Idioten hoffen, nicht behaupten kann. Das ist die andere Hälfte von Ihrem Team, Gentlemen. Der Stolz von Mütterchen Russland. Zurück in die Unterkunft und dann zur Einsatzbesprechung. Klar? Russen? Ja. Ach, so ein Mist!